Ziel von Suninius ist es seit Anfang an, Kinder und Jugendliche aus den armen Siedlungen am Stadtrand beim Lernen und Wachsen zu fördern und ihnen auch neue Perspektiven zu vermitteln, damit sie die Schule und eine Ausbildung abschließen können. Damit wird auf jeden Fall auch ein Beitrag zur Verminderung des enormen Bildungsdefizits in Chiapas geleistet. Hier ist es nicht wie in der Schule, wo sie dir sagen, mach das, trage etwas vor. Hier ist es anders. Du nimmst teil, machst selbst die Materialien, die du brauchst. Es ist ziemlich großartig, hier zu sein. Sie zeigen dir verschiedene Werte, Ethik. Zuninius ist gewachsen, hat wertvolles Wissen und Erfahrungen gesammelt und ist bereit für die neue Herausforderung. Zuninius wirkt. Es ist ein gutes Beispiel, wie alternative Bildungsarbeit in der Region funktioniert und damit das Leben von vielen Kindern und Jugendlichen nachhaltig verbessert. Danke an die Organisation Zuninius. Dank Ihnen konnte ich meine Träume verwirklichen, nämlich mein Pädagogikstudium zu beenden. Durch die Unterstützung, die ich erhielt, habe ich es geschafft. Danke. Ich bedanke mich bei Zuninius für alles, was sie mir geboten haben. Für die Unterstützung und ganz besonders, dass sie mich in diese große Familie aufgenommen haben. Für die Unterstützung und die Unterstützung, was sie mir ge努� haben. Vielen Dank. Danke, Herr Schatz. Und wir freuen uns auch sehr, dass viele Kinder bereit in dem Traum vom Schulabschluss erreicht haben. Und natürlich auch weiter an ihrem Lebensprojekt arbeiten können.